Jage eine Tanksäule in die Luft, Leute, mit dieser neuen Fortnite Woche 8 Herausforderung helfe ich dir in diesem Video, wenn du es feierst, lass einen Daumen hoch, da kostenlos Abo und mach die Glocke an, Leute, es gibt neue Aufgaben, wir müssen eine Tanksäule in die Luft jagen, wie finden wir natürlich bei Tankstellen, Tankstellen sind überall auf der Karte verteilt, ich empfehle euch, macht das Ganze in der Gruppenkeile, habt ihr weniger Leute, die euch tot machen wollen, ja, landet zum Beispiel hier, das ist eine Tankstelle, wo sehr, sehr wenig Leute landen werden, ich markiere jetzt mal auf der Karte, ich bin hier gerade komplett falsch, ja, hier ist eine Tankstelle, ihr habt dort auch noch eine Tankstelle, es gibt bei Lazy Lake eine Tankstelle, das sind aber viele Leute, Candy Corner hat eine Tankstelle, wo haben wir noch eine Tankstelle, da ist eine Tankstelle bei, hier oben, die Brücke bei, ich überlege, aber bei Pleasant Park hat eine Tankstelle, da könnt ihr tanken, da Pleasant Park ist natürlich sehr, sehr viel los und bei Holy Hedges gibt es auch eine Tankstelle, sind auch relativ wenig Leute da einfach landen und Leute, wenn ihr noch Hilfe braucht, dem Felt das Kind freischeiden wollt, guckt einfach meine anderen Videos, holt euch eine Waffe oder ihr könnt es auch mit der Spitzhacke machen und hier die Karte, seit wann gibt es denn hier so eine glitzernde Karte, okay, gut, okay, dann gehen wir mal kurz hier hin, ihr seht schon hier, zack, 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 immer drauf da, passt auf, dass ihr euch nicht selbst umbringt, wenn ihr zu nah dran steht, klickt ihr nicht mit in die Luft und das ist es eigentlich auch schon, dann müsst ihr einmal machen und dann ist die Aufgabe abgeschlossen, ich hoffe, das Video hat geholfen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.